Hallo! Hey Leute, was geht ab? Ich bin heute auf der Modoy Classic hier in Hamburg. Mit auf die Messe gebracht hat mich Wagner Classic. Dein ist Alex. Hält euch gute Laune. Wagner ist gerade unterwegs. Hält glaube ich gerade einen Vortrag. Und ich nehme mich mal ein bisschen mit hier auf die Messe und zeige euch mal, was es hier so zu sehen gibt. Im Lazen... ... Location ... ... Margammer Käpunkten ... ... ... Oh, ist das Ding fern, ne? Das ist so brutal, man merkt das ja auch richtig in der Brust und so, ne? Er schmückt auch noch einen sehr krassen Pickface. Mega geiles Ding, ne? Mach rein, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Die Finger sind so riesig. Das ist so extrem, wie viel Meter Geschmütte nach hinten im Radlauf sind. Die Motorhaube ist ungefähr so lang wie ein Smart, man kann es einfach mal reinstellen. Das muss man mögen, aber von den Ausmaßen, die die ihre Autos gebaut haben in den USA damals, in der ewigen Zeit. Das ist ein krasses Sofasitzen und Sofabänken hier drin. Das ist echt heftig. Elvis mit drin. Ah, das passt. Das muss man sagen. Das gefühlt mir daneben E30. Ich bin nicht mal einen Schritt zurückgegangen. Ich kann nicht komplett einfahren. Ich gucke euch mal das Verhältnis an zwischen den beiden Autos. Ich denke Verhältnis nicht. Das war ja auch schon. Das geschah. Ich benötige. Die Stammkriege Das sieht aus der Stoßstange aus. Das sieht aus der Stoßstange aus der Stoßstange. Die Stoßstange sind in der Stoßstange. Die Stoßstange sind in der Stoßstange. Vielen Dank. Hier in der Halle gibt es ein paar Leute, die ihre eigenen Autos zum Verkauf stellen, also ausstellen und wenn alle mit Preiszettel dran sind, kann man sich, wenn man was findet, was mitnehmen. Das sind hier eine alte Reise, 4.30 Uhr, 2.11 Uhr. Das ist hier eine kleine Reise. 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 Das ist hier eine kleine Reise.